Musik Ja, moinsehen Juhu, da wollen wir mal versuchen, hier unsere Rettungskapsel, oder was auch immer sein soll, zu starten. Ich weiß noch nicht wie, oder was, oder warum, oder... Ich glaube, wir können ja rund gucken. Mach auf! Okay, was hat man da so? Ein Sitz? Ein Sitz. Staufach. Mach doch mal auf. Eine Batterie. Kann ich die nehmen? So, und nun? Na, jetzt den Koffer rein, oder nicht? Wo ist ja alles mit? Na, geht doch. Ja. Jut. Ähm... Ja, warte nu. Batterie rein? Hallo? Äh, äh... Auch rein? Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Naja, machst das wieder rein. Mann. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie da hin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Aha, aha, aha. Also erstmal Sitz abbauen. Ja, hat er ja gesagt. Wollen wir mal passen. Mache. Mache, sage ich. Hm. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Sag ich doch. So, jetzt Batterie. Da hin. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Das liegt doch nicht. Ist mir doch egal. Äh... Wir haben einen Sitz. Was mache ich mit dem Sitz? Kann ich den vielleicht? Ich weiß es nicht. Mit der Batterie irgendwie... Der ist jetzt wohl überflüssig. Okay. Kann ich nicht. Irgendwie so mal so, ne? Irgendwie, ne? Verstehst du? Was können wir hier machen? Hallo, was kann ich da machen? Ich... Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Wie heißt? Nochmal. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Oh, der Suppi. Verrat mir doch mal wie. Mensch. Da gibt es noch keine Tipps hier. Was haben wir hier alles? Das Fachbatterie. Zinsschnur. Was ist hier eigentlich? Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune aus... Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Hä? Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schief gehen. Aha. Na, du bist ja optimistisch da. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ja, sehr gut. Gut. Also müssen wir erst die scheiß Batterie irgendwie rinkriegen. Und er möchte ja auch noch drin sitzen, ne? Wenzel, hast du einen Tipp? Hey Wenzel, was gibt es? Ähm, 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 ähm. Ähm, mach's gut. Ich glaube, da haben wir euch. Wegen des Plans. Nein. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Ich weiß nicht wie. Ja, wohin bloß mit der Batterie, ne? Äh, was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Das interessiert mich ja erstmal nicht, weil ich muss ja erstmal die Batterie rinkriegen, ey. Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Nein. Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Wie kriegst du die da rinnen? Sag doch mal. Dann warten wir auf den Organankreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja. Zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Nur. Diesmal wird alles klappen. Na gut. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komm ich bloß darauf? Na ehrlich mal. Ja, super. Er ist auch wohl eine super Hilfe. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Hm. Ja, was mach ich jetzt? Ich brauch irgendwas für die scheiß Batterie. Aha, aha, aha. Das brutzelt hier noch. Gibt's aber auch nichts. Was ist das hier eigentlich? Vor die Hütte? Aha, jetzt bin ich vor der Hütte. Was haben wir hier alles? Und den komischen Onkel da. Was ist das hier? Das ist der Briefkasten. Die Klingel. Chilischote. Ja, riesen Ausweiter. Gucken. Chilischote. Kann ich die mitnehmen? Kenneisis mitnehmen. Autsch. Heiß. Ja. Mit Sicherheit. So, Klingel. Kann ich die mitnehmen? Nö, kann ich auch nix mitmachen? Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ah, so könnte ich ihn mitnehmen, ne? Wenn der festgeschraubt ist, ne? Aha. Jetzt haben wir einen Briefkasten. Was machen wir mit dem Briefkasten? Ich weiß es nicht. Wir reden mal. Rede mal. Hallo, Haneck. Hi. Ähm. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Super. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Hast du Toni irgendwo gesehen? Ich werde endlich hier wegkommen. Ich schreib dir ne Karte aus Illyvium. Supi. Aber es hat jetzt irgendwie nichts damit zu tun. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden. Und muss arbeiten. Wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Aha. Okay. Also kommt ihr uns schon mal nicht in die Quere irgendwie? Ich weiß ja nicht. Wenn die Feuer speit? Hm. Hier fern ich, hier fern ich, hier fern ich. Äh. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schief gehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst. Hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun? Nein. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Nie. Naja. Der Plan an sich ist perfekt. Aber? Naja. Der Plan an sich ist perfekt. Aber... Jetzt kommt es. Aber... Ich muss nur noch... Äh... Kannst du dich dort verknallen haben? Oder was? Der ist ausgebaut. Aber... Achso. Und wo soll ich sitzen? Tja. Du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob. Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Aha. Ich krieg das schon hin. Moment. I have, äh... Ich schreib dir ne Karte aus Elysium. Mach ich. Ich hab eine riesengroße Idee. Ein Sitz mit Batteriefach, ne? Der Briefkasten. Können wir da nicht einfach die Dings reinmachen und hier den Sitz drauf klatschen? Hm. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Ey, ich bin so gut. Vielleicht hab ich meinen Ersatzsitz gefunden. Also gut. Gut. Gehen wir mal zurück, wahr? Also muss klappen. Wenn ich sage, das klappt, dann klappt das. So. Dann nehmen wir mal den Kassenbrief und setzen den auf die Schiene. Ha. Passt. Ich bin so gut. Lieber nicht. Du sollst sie nehmen und da reinsetzen. Ha. Passt. So. Der Fluchtapparat ist flott. Hey. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Ach, den Sitz braucht er auch gar nicht, aber wie? Setzt er sich bloß auf den Briefkasten, aber wie? Oder wie? Oder was? Oder warum? Oder so? Der ist jetzt wohl überflüssig. Na gut. Wenn du meinst, der ist überflüssig, dann... Ja. Will ich dir nicht überflüssig... Will ich dir nicht widersprechen? Ja, dann machen wir hier. So. Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha. Das wird ein Kinderspiel. Bitte was? Also muss ich jetzt mit dem Ziel-Dings-Bumms-Döns hier da oben hintreffen? Okay. Dann mal gucken. Jetzt sind wir und da. Nehmen wir mal so. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Wenn ich jetzt wieder hochgehe. Und dann da rüber. Dann... Dann nur noch. Hoch ist ja bloß eine. Äh ja, es ist... Ist ja gar nicht sooo schwer. Das geht nicht. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Das ist kacke. Moment, wir fangen nochmal hier vorne an. So. 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 Ah, Mist. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Der Hauptsummern zwei Felder. Das ist ja jetzt, das ist ja jetzt, ne? Hm. Das ist ja blöd. ich da jetzt bin da müsste ich da es geht auch nicht wenn ich jetzt dahin gehe und dann dahin gehe so hoch gehe so rüber gehe und so hoch ich bin so gut ich hab's nur noch die lunte zünden und so das sollte es gewesen sein halte dich bereit wenn sie hallo rufus das ist das ist immer noch mein haus du erinnerst dich es ist nicht mehr ganz so offensichtlich seit jemand den briefkasten gestohlen hat aber das bringt mich auf etwas ich soll dir diesen brief geben ein brief rufus es wird langsam zeit ja und wie sorry tony aber der zug ist abgefahren sobald die lunte brennt bin ich für immer aus deinem leben verschwunden jetzt bereust du sicher einiges von dem was du gesagt hast stimmt angefangen bei du kannst ja trotzdem bei mir wohnen dies ist der finale abschied zum jubeln ist es noch zu früh ein glück dann kann ich zumindest nichts falsches sagen super es ist zu spät du kannst mich noch so sehr bitten ich werde dich nicht mitnehmen kann ich das schriftlich haben du sie warum bist du hier hast du etwa immer noch hoffnung dass ein wunder geschieht ein wunder wäre es wenn du tatsächlich endlich verschwendest aber wenn es wieder einmal nicht klappt sehe ich wenigstens wie du dich verletzt also es kommt mir ja so ein bisschen vor als ob die mich nicht mag ich gehe fort für immer ich habe aufgehört darauf zu hoffen warum ist sie denn so gemein die ist ja böse gut wir müssen also die zündung anzünden zündel 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 machen hier stimmt mit dem schweißgerät würde ich mal sagen oder ist denn sonst so irgendwas hier bevor ich jetzt hier irgendwas vergesse ausgerichtet haben das muss angezündet werden und dann würde ich mal sagen schnell erinnern aber bevor wir dieses eine jene wie eine welches tun sage ich jetzt einfach mal das gucken uns nämlich in der nächsten folge ein so ein bisschen spannung aufrecht erhalten ja für die stunde ist auch vorbei gut haben wir wieder ein bisschen geschafft es ging ja noch vom rätsel ja mal gucken was uns noch erwartet weil ich glaube nicht dass das jetzt so auf dem standort bleiben wird okay dann sehen wir uns also nächste folge wieder bewerten nicht vergessen und vielen dank fürs zuschauen und dann sage ich mal bis denn dann